Siegfried Schmidt König alias Mark Bellinghaus Münster Münster 22.03.24 Dies ist wahrlich ein Hilferuf eines Justizopfers der Justiz Münster. Nach einem persönlichen Termin bei Ihnen, Herr Justizminister von NRW Dr. Limbach. Er ist zwingend erforderlich geworden, denn diese Justiz wird mir gegenüber immer mörderischer. Meine Obdachlosigkeit, ihr größter Triumph gegen mich, hat diese unrechtsprechenden und waltenden Richter, Rechtspfleger und Staatsanwälte nicht befriedigt. Und dieser Klageirrsinn geht munter weiter. Ich darf Sie alle, die dies hören, daran erinnern, dass ich ein kirchlich anerkanntes Missbrauchsopfer bin und dass ich genügend Schicksalsschläge für mehrere Leben er und überlebt habe. Danke. Betreff. Ihre wiederholte, also mittlerweile vierte Absage meines Kunstwerkes im Landgericht Münster zeigen und aufstellen zu dürfen, wenn das Theater Münster regelmäßig und seit Jahren sehr politische Theaterstücke aufführen darf. Und ich nachweislich am 08.05.2022 vom Direktor des Amtsgerichts Münster, Herrn Dr. Jürgen Frobel, persönlich daran gehindert wurde, eben eines dieser Theaterstücke des Theaters Münster anzuschauen. Was den Tatbestand der nachweislichen Diskriminierung beweist und meine Verschwörung, die ich der Justiz Münster vorhalte, unterstützt, ja sogar beweist. Denn Herr Dr. Frobel gab keinen Grund an, warum mich die Justizbeamten, obwohl ich meine Eintrittskarte vorschriftsmäßig vorzeigte, aus dem Amtsgericht schmissen. Grundlos. Nur ein paar Monate vorher wurde ich vom Landgericht Münster in allen Anklagepunkten, die durch vier lügende Nachbarn gegen mich verwendet wurden, freigesprochen. Herr Wrobel hat sich in seinem eigenen Haus strafbar gemacht, weil er nachweislich Teil dieser Absprache und dieser Verschwörung gegen ein Justizopfer ist. Richter am Landgericht Barton war so intelligent, in Anführungszeichen, eine Räumungsklage zu verantworten, obwohl er ganz genau sehen musste und auch wusste, dass ich am 23.06.21 gegen vier Falschaussagen produzierende Nachbarn freigesprochen wurde von seinem Kollegen Dr. Christian Dürr und zwei ehrenwerten Schöffen. Da aber die Bauverein Kettler EG als Grund meiner fristlosen Kündigung kurz nach meinem Freispruch in meiner Landgericht Münster Berufung immer noch behauptete, ich hätte Nachbarn beleidigt, wurde ein gravierendes, ein kriminelles Fehlurteil durchgewunken von einem senilen und befangenen Team aus drei Unrechtssprechern angeführt von dem mittlerweile Gott sei Dank pensionierten Urgestein Bischof, dem Anführer dieses Irrsinnsurteils, was ich natürlich anfechten wollte, konnte es aber nicht, da mir keiner der 38 Bundesgerichtshofrechtsanwälte helfen wollte oder durfte. What the fuck? Sehr geehrter Herr Justizminister Dr. Benjamin Limbach, sehr geehrter Herr Richter am Landgericht Münster-Barton, ich bitte Sie künftig, meinen Namen Mark Bellinghaus zu benutzen, wenn Sie mich ansprechen, denn dieser Name steht seit 1985 auch in meinem Ausweis. Jede Transfrau hat ebenso das gute Recht, als Frau angesprochen zu werden und ich leide unter Sigi Schmidt, weil ich unter diesem Kacknamen missbraucht, also in meinen Popo gefickt, wenn Sie wurde, wenn Sie wissen, wenn Sie sich so etwas Perfides als Richter überhaupt vorstellen können. Ach ja, natürlich können Sie das, Herr Barton, denn Sie sind ja einer von diesen circa 30 Anti-Richtern, die sich gegen einen komplett Unschuldigen verschworen haben. Ausgerechnet Sie, Herr Barton, machten mit einem kriminellen alten Eisen namens Vorsitzender Richter am Landgericht Bischof gemeinsame Sache. Und jetzt macht es Ihnen große Freude, mir eine gesalzene Absage ins Gesicht zu hauen? Ich danke Ihnen für Ihre Dummheit, denn jetzt habe ich den neuesten Beweis für die Befangenheit des Hauses Landgericht Münster. Danke, Herr Barton. Übrigens hat es Spaß gemacht, sich so am Gesetz zu vergreifen und Sie und Bischof und der dritte Judas in Richterrobe das tat, ja? Weil ein geschundenes, gequältes Missbrauchsopfer, ein Überfallopfer trotz seines Freispruchs am 23.6.21 in eben Ihrem Hause am 7.7.22 wegen einer mörderischen Justiz rausschmeißen zu lassen? Das hat noch ein gerichtliches Nachspiel. Und Sie, Pressesprecher des Landgerichts Münster, obwohl Sie gekonnt, in jede Kamera Statements über aktuelle Fälle abgeben, als einer der Sprecher des Landgerichts Münster, Sie sollten sich schon mal eine Ausrede ausdenken, warum Sie da eingetreten haben. Auf ein Opfer Ihrer scheißbefangenen Justiz, das am Boden lag und fast krepiert wäre. Sie sollten Ihren Job an den Nagel hängen oder nach Russland, China oder Nordkorea auswandern. Dort könnten Sie eine Riesenkarriere machen, Herr Barton, mit Ihrer Skrupellosigkeit und mit Ihrem perfiden Schauspieltalent. Sie haben mir eigenhändig Beweis geliefert, dass das Landgericht Münster eigentlich dicht machen sollte, weil da alles möglich ist. Dass da ein alter Schanty hockt, der längstens in den Ruhestand geschickt werden sollte mit Anordnung aus Düsseldorf. Dann können Sie ja nachrücken und Putins Dependance Münster inoffiziell eröffnen. Das fällt übrigens alles unter meine künstlerische Freiheit. Also wagen Sie es erst gar nicht, die unterirdische Knallerbse zu alarmieren, die mich viermal ungerecht und vollkommen wahnwitzig schuldig gesprochen hat im Amtsgericht Münster. Benjamin Blümchen, Sie wissen, wer das ist. Ich behalte mir vor, diesen gepfefferten und gesalzenen Brief als Beweismittel auf meiner Blogseite zu veröffentlichen. Wir sind ja Gott sei Dank noch nicht in Ihrem Traumgericht im tiefsten Sibirien. Oder, Herr Barton, ich werde Ihnen allen jetzt eine Lektion erteilen. Allen, die meinen, ich sei wie mein böser Opa, denn Gott ist mein Zeuge. Und verdammt nochmal, das bin ich nicht. Ich hätte meine Kunst sowieso nicht ausgestellt in einem üblen Antigerichtsort wie dem Landgericht Münster. Denn Sie kennen doch sicher dieses alte Sprichwort Perlen vor die Säue werfen. Und das möchte ich tunlichst vermeiden. Ihre aktive Mitwirkung in einer mörderischen Intrige, in einem echten, nachweisbaren Komplott, Ja, nennen wir das, worin Sie teilgenommen hatten. Vorsätzlich versteht sich ruhig Verschwörung. Denn es ist weder eine Theorie, noch ist es schizophrene Faselei. Es ist die Wahrheit. Münsters dunkle, gemeine und unfassbar brutale Wahrheit, Herr Barton. Sie haben sich schuldig gemacht. Schuldig, ein Justizopfer noch tiefer zu demütigen, als es auszuhalten fähig war. Sie alle wollten nichts anderes als meinen Tod. Und daher muss laut deutschem Strafgesetzbuch auch Paragraf 129 angewendet werden. Und zum Tragen kommen, Herr Richter Barton. Da brauchen Sie jetzt auch gar nicht so siegessicher mit der Stirn runzeln und mich auslachen. Denn Sie wissen doch sicher, ebenso wie ich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich fordere Sie hiermit auf, sich mit sich voll ihrer Schuld an der Teilhabe und Mitwirkung einer der schlimmsten Verbrechen gegen einen komplett unschuldigen Menschen bewusst zu werden und sich spätestens am Montag bei ihren KollegInnen der Staatsanwaltschaft Münster offiziell selber anzuzeigen. Denn was sie taten, gemeinsam mit weiteren Richtern ihres Hauses, die in ihr Amt eingeschworen wurden, ist ein Verbrechen allererster Güte und Schwere. Das ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt und auch kein kleiner Jungenstreich, Richter Barton. Denn hätte Gott nicht noch etwas mit mir und für mich vorgesehen, dann wäre ich es gewesen, der im HDW, dem Haus der Wohnungslosen Münster, abgestochen wurde, kurz nachdem ich durch sie aus meiner Wohnung geflogen bin. Ich fordere hiermit abermals, von unserem amtierenden Justizminister von NRW, eine sofortige Untersuchung einzuleiten und ich kann genauestens beweisen, wann sie Unrecht walten ließen, gemeinsam mit einem alten Richter, der mir noch nicht einmal in meine heulenden Augen schauen konnte. So sehr hat sich der alte Bischof geschäbt seiner Straftat, die er selbst begangen hatte. Vorsätzlich und absolut kaltblütig und brutal. Sie schreiben heute, wird die e.V. die einstweilige Verfügung am 17.04.2024 zerplatzen lassen, wie die Zukunftspläne der Noch-Intendantin Kostolmein, die nachweislich mit ihrem Haus, mit der gesamten Justiz Münster, nicht nur gemeinsame Sache gemacht hat. Nein, sie hat sich mit dem übelsten aller geschnappten und geouteten MeToo-Straftäter gemein gemacht und wollte mich mit dem Plagiat meines eigenen Theaterstückes verhöhnen, auslachen und demoralisieren. Dieser hinterhältige Schuss auf ein Missbrauchsopfer und einen komplett unschuldigen Enkel des Teufels, ausgedacht von einer künstlerischen Totalversagerin namens Dr. Katharina Kostolmein in Klammern. Fragen Sie doch mal das Münsteraner Theaterpublikum, was es von dieser Nichtskönnerin tatsächlich hält, werter Herr Richter Barton, Klammer zu. Und einem notgeilen 85-Jährigen Möchtegern-Intellektuellen mit dicker schwarzer Brille und Rollkragenpulli und mit dicker Intendantenpension auf den Start steckt hinter der Intrige Kinderhäuser. Denn Günther fucking Belitz war so blöde und hat mir aus Belitz eine Ansichtskarte geschickt, die ich 1985 bis 87 einer seiner Zwangseigenen noch am Residenztheater München war. Und wissen Sie, wie doof der Kerl wirklich war? Er hat geschrieben, und diese Karte besitze ich noch heute, als Beweis gegen Belitz aus der Stadt deines Großvaters. Damit wäre bewiesen, dass Günther Belitz und natürlich Kostolmein ebenso wissen, wer ich bin und von wem ich abstambe. und wer mein Großvater und meine Großmutter waren. Lange, lange Jahrzehnte schon, bevor ich es selbst fand, durch die Hilfe einer Holocaust-Auschwitz-Überlebenden namens Eva Braun. In Klammern, womit Belitz natürlich auf den Aufenthalt Hitlers im Militärlazarett in Belitz wegen seiner Senfgas-Augenverletzung während des Ersten Weltkriegs anspielte. Ergo? Alle Anklagen, die das Landgericht Münster gegen mich zusammengeschrieben hat in der Einstellungsverfügung AZ 014O 462-32 sind nicht mal das Papierwert, auf dem diese von Albert Fröhlich respektive Rechtsanwältin Marisa Michels verfasst und mit großem Mut und Wissen meiner außergewöhnlichen erfolgreichen Bilanz vor Gerichten dieser Welt. In Klammern, ich habe eigenhändig eine 100 Millionen Dollar Klage des Rechtsanwaltes des Estates of Maryland Monroe gewonnen und somit abgewiesen bekommen im Supreme Court of Los Angeles, California, USA, Herr Richter Barton. Haben Sie auch nur annähernd solch eine Erfolgsbilanz? Haben Sie mich nicht gesehen bei der Urteilsverkündung im Missbrauchskomplex von Münster im Frühjahr 21 vor Ihrem Haus, als ich dort draußen stand und heulte, weil mir die beiden kleinen Jungen so leid taten? Ein beherzter Journalist, Fotograf der Deutschen Presseagentur, Herr Guido Kirchner, fragte mich, ob er mir helfen könnte. Und das zeigt und beweist mir, dass es doch noch echte Menschen gibt und die nicht so minderwertig handeln, wie Sie es nachweislich taten, Herr Richter Barton. Sie haben Ihren Richter Eid aufs grob fahrlässige verletzt und gebrochen. Und mit Ihnen, Herr Richter Barton, fällt dieses komplette Gebäude aus Hedern, aus selbsternannten Provinzpazifisten, wie die Schauspielerin Carola von Seckendorf es ist, in Klammern schmiss mich grundlos im Mai 22, also nur kurz nachdem Direktor Wrobel mich nicht in das Stück gelassen hat, aus der Villatin Hompel in Volksverhetzer-Manier raus, die jetzt Lieblingsschauspielerin der Kostolmein durch ihren irren Hass auf mich geworden ist und die Liste dieser unwissenden Freaks, die so tun, als wäre ich Adolf Hitler reinkarniert, die ist lang, Herr Barton, das wissen Sie. Sie wissen aber auch, dass ich meine Intelligenz nicht von meinem Opa, sondern meiner Oma Geli Raubal vererbt bekam, so wie andere berühmte Nachfahren dieser Frau, die zum Beispiel Chemie studierten. Ich werde jetzt ein Video besprechen und das tue ich gerade und all das, was ich Ihnen jetzt geschrieben habe, auch vorlesen. Es ist Notwehr. Notwehr gegen einen irre gewordenen Rechtsapparat, der eigentlich sofort, ich wiederhole, sofort komplett geschlossen gehört. Und ich hoffe, dass auch diese meine Aussage, hinter der ich mit 100% meines Wissens, meines persönlichen Leids und nicht zuletzt meiner persönlichen Erfahrung, das mir ihr Haus angetan hat, stehe, werden sich andere Menschen und Leidensgenossen zukünftig auch berufen. Wenn Sie mich noch ein einziges Mal bewachen lassen, auf Schritt und Tritt, so wie es der Shanti Schambert angeordnet hatte, dann verklage ich Sie wegen Schwerstdiskriminierung. Da können Sie sicher sein. Ich bin unschuldig freigesprochen worden. Ich bin als unschuldig freigesprochen worden, ebenfalls in Ihrem Haus. Also verhalten Sie sich danach, Herr Richter Barton. Dass ich immer von Justizbeamten im Amtsgericht und Landgericht begleitet werde, ist rechtswidrig oder es ist eine Schande für Sie alle. Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Mit Ihnen habe ich also nun den Griff gefunden, um diesen bitterbösen Intrigenstall mit Todesgefahr. Denn wäre ich in das Haus der Wohnungslosen gekommen, hätte es mich treffen können, der abgestochen wurde und starb, so wie es dort im Sommer 2022 tatsächlich geschah, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist keinesfalls witzig. Sie sind also der Griff, mit dem ich diese sich händchenhaltenden Kollegen aus der Jauchegrube hier in Münster ziehe und der Öffentlichkeit einen zweiten, jedoch viel brutaleren Gustl-Mollat-Fall mit Hitler-Twist präsentiere. Sie werden bekannt, Herr Richter Barton. Und Sie werden diese heutige Absage an einen Künstler mit Selbstwertgefühl und echtem Stolz auf das, was er bisher ausgehalten hatte, gegen eine heuchlerische, superintrigante, höchst gefährliche und unaussprechbar kriminelle Justiz, die wirklich ihresgleichen sucht, zutiefst noch bereuen. Sehr wahrscheinlich bis zu Ihrem eigenen Tod. Denn ich wünsche Ihnen die Todesangst, die ich bei meiner Zwangsräumung am 07.07.21 als elf fremde Menschen teilweise in Uniformen meinen Schlafplatz betraten und mich sogar aufs Klo begleiteten, weil sie dachten, ich tue mir etwas an oder ich sei gefährlich, wünsche ich Ihnen, dass diese Freunde die Freunde ihrer Kinder auf Sie zeigen werden, so wie die Nachbarn, die von dem Amtsgericht und dem Landgericht Münster viermal und öfter lügen durften. Die standen da und durften lügen, ohne jemals dafür bestraft zu werden. Was die Verschwörung und die Teilnahme darin der Staatsanwaltschaft Münster beweist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie endlich aufwachen zu dem, was Sie da in Ihrem Haus unterstützen. Denn ich bin weder eine Gefahr, noch bin ich schizophren. Das wissen Sie. Sie haben alle Schuld, Herr Barton. Denn Sie sind Teil dieser Wut, die ein irrsinge Amokfahrer namens Jens R. bekam, weil er von Ihnen mit gleich drei Verfahren gleichzeitig beschossen wurde. Ich hatte bis jetzt 14 Verfahren gegen mich und akzeptiere kein weiteres. Ich fordere hiermit Schmerzensgeld und Schadensersatz von der Justiz Münster in angemessener Höhe. Und ich erkläre mich bereit, einen zweiten Fall Thomas Robbers versus die Stadt Münster zu vermeiden. Sie wissen ganz genau, wie schuld ich bin.